Eine Empfehlung zum Abnehmen und zwar die Empfehlung, lerne tanzen und gehe regelmäßig tanzen und ich helfe dir dabei als dein Privattanzlehrer und bringe es dir bei. Wunderschönen guten Tag dir, hallo hallo, sei gegrüßt, gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McRae. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne auch dir, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen. Denn hier geht es also um deinen Tanzerfolg und den ganz bequem bei dir daheim. Ich komme zu dir nach Hause und mache dich tänzerisch fit, als auch körperlich fit. Das Thema Abnehmen steht dann hier im Vordergrund. Wenn du dir vorstellen kannst, über mich, dem ADTV, IHK, World Dance, Conceal, Gütesiegel, Ausgebildeten, Privattanzlehrer, Salsa Privatstunden zu buchen. Wenn das für dich interessant ist, würde das Thema Salsa lernen, Abnehmen, wenn die Kombination dir gefällt und dir Spaß machen würde. Wenn das interessant ist, würde ich dir die Idee gefällt, dann lass uns für deinen Tanzerfolg, Abnehmerfolg in Kontakt kommen über die Nummer 0176 840 44 661.